Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur feierlichen Inbetriebnahme der Geothermieanlage in Schwerin-Langow. Schön, dass Sie alle da sind. Einen herzlichen Dank erstmal an das Gitarren-Duo Hans Hagen. Die beiden erleben wir gleich nochmal. Genau, wenn Sie mögen, dürfen Sie gerne nochmal einen Applaus schicken. Das finde ich genau richtig an dieser Stelle. Mein Name ist Janine Pfleger. Ich darf Sie im Namen der Stadtwerke Schwerin heute durch dieses Programm führen. Der Wind macht es gar nicht so einfach, muss man sagen, an der Stelle. Kommt für meine Frisur aus der falschen Richtung. Das macht aber nichts. Ja, ich führe Sie sehr, sehr gerne durch das Programm und ich kann Ihnen verraten, dass die Stadtwerke Schwerin sich wirklich sehr, sehr freuen, dass dieser heutige Tag ja eine solche Aufmerksamkeit erregt bei der Presse und natürlich auch von Seiten Wirtschaft und Politik. Deswegen unsere Gäste sprechen für sich, würde ich sagen. An dieser Stelle möchte ich allerdings auch sagen, dass ich die offizielle Begrüßung natürlich dem Geschäftsführer der Stadtwerke Schwerin nachher überlassen werde, Dr. Josef Wolf. Wir wollen an dieser Stelle einmal kurz über die Besonderheit dieser Geothermieanlage hier sprechen. Denn es ist ja so, dass es nicht die einzige Geothermieanlage hier im Land ist, sondern es ist allerdings die einzige, die in Kopplung mit Wärmepumpen arbeitet. Und zwar bundesweit bislang die einzige. Und das macht sie eben so besonders. Es wird hier in 1300 Metern Tiefe gebohrt. Das ist die sogenannte Mitteltiefe. Und da befindet sich die Sohle bei etwa so 56 Grad. Das ist verhältnismäßig muckelig, reicht aber nicht aus, um das Ganze wirklich auch direkt für die Fernwärmegewinnung zu nutzen. Und da kommen dann die Wärmetauscher und auch die Wärmepumpen ins Spiel. Und das bedeutet, in den Wärmetauschern wird die Erdwärme an das Heizwasser, an das noch kalte Heizwasser abgegeben. Die erwärmt sich dann wiederum auf 56 Grad und wird dann durch die Wärmepumpen noch einmal auf 82 Grad gepusht. Und das, wie gesagt, ist bisher in dieser Kombination bundesweit einzigartig. Wenn Sie mögen, dann werfen wir jetzt einfach einmal einen Blick zurück auf die vergangenen Jahre, in denen die Geothermie angedacht worden ist, in denen geplant worden ist und in denen natürlich auch umgesetzt worden ist. Wir haben einen schönen Film dafür vorbereitet. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei, gute Informationen und sag Film ab. Schwerin, Stadt der sieben Seen, Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Offizielle Bewerberin um den Titel Weltkulturerbe. Rund 100.000 Menschen leben in Schwerin. Ihre Wärmeversorgung erfolgt seit Jahrzehnten größtenteils über Fernwärme. Die Landeshauptstadt Schwerin möchte bis 2035 klimaneutral sein, beschloss das Stadtparlament 2020. Erdwärme ist Schwerins Antwort auf die Wärmewende. In einer Tiefe von ca. 1300 Metern befindet sich ein 200 bis 250 Millionen Jahre altes Flussbett. Wasser mit Temperaturen von 50 bis 60 Grad Celsius. Eine nachhaltige, unabhängige Wärmequelle. Die Stadtwerke Schwerin investieren in die klimaneutrale Wärmeversorgung. Die Bundes- und die Landesregierung unterstützen mit Fördermickeln. Kompetente Partner helfen bei der Umsetzung. Die Daldrup und Söhne AG, das Bergamt Stahlsund und die Geothermie Neubrandenburg MbH. Die Daldrup und Söhne AG, das Bergamt Stahlsund und die Geothermie Neubrandenburg MbH. Die Anlage in Schwerin ist in der Kombination aus mitteltiefer Geothermie und Wärmepumpen deutschlandweit die erste ihrer Art. Das Besondere ist ihre spezielle Anpassung an die regionalen Gegebenheiten. Die Sohle in einer Tiefe von 1300 Metern ist kontinuierlich warm. Allerdings reicht ihre thermische Energie nicht ohne weiteres zur Fernwärmegewinnung aus. Hier kommen vier Hochleistungswärmepumpen ins Spiel. Der vorhandene Temperaturbereich der 56 Grad Celsius warmen Sohle wird optimal genutzt und umweltfreundlich nach oben angepasst. Die Geothermie Anlage deckt zukünftig 15 Prozent des Schweriner Fernwärmebedarfs. Zusammen mit der Biogasanlage sind 20 Prozent der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien. Die Stadtwerke planen bereits heute den Bau weiterer Geothermie Anlagen. Viele Kommunen und Versorgungsunternehmen sind an dem Projekt interessiert und informieren sich vor Ort. Die Landeshauptstadt Schwerlin setzt damit neue Maßstäbe auf den Weg zur Klimaneutralität. Ja, Sie haben es gesehen, es ist tatsächlich etwas sehr, sehr Besonderes, dieser in sich geschlossene Kreislauf und sicherlich auch eine Art von Nutzung, eine Art von Technik, an denen sich andere Städte hier in MV ein Beispiel nehmen können und vielleicht nachziehen nach diesem Leuchtturmprojekt. Sie haben schon viel erfahren jetzt über diese Anlage hier, aber einer hat es natürlich auch von Anfang an miterlebt und dem möchte ich gerne jetzt das offizielle Begrüßungswort natürlich übergeben. Begrüßen Sie mit mir den Geschäftsführer der Stadtwerke Schwerin, Dr. Josef Wolf. Liebe Frau Pfleger, liebe Gäste, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Mangel der Professoralität, ich bedauere Entschuldigung. Liebe Frau Ministerpräsidentin, sehr geehrte, sehr geehrte Herr Minister, ich glaube, ich versuche es mal so, weil wir haben zu viel Wind hier. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Kellner, sehr geehrter Herr Minister Mayer, sehr geehrter Herr Minister Pegel, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Frau Staatsministerin Al-Arabadi, Raluan. Wir freuen uns alle, dass die Sozialwerte hier heute erschienen sind und damit nicht nur uns die Übergabe dieses Projektes so ein Stück mit auch in den feinlichen Rahmen geben, sondern ich glaube, es ist auch eine Würdigung für die, die das gemacht haben. Damit rede ich von meinen Mitarbeitern, aber natürlich auch von den Fremdenfirmen, von den Experten, die uns heute hier geholfen haben. Und ich glaube, natürlich ist auch ein Stück Interesse daran, dass diese neue Technik, die Kombination von heiter Fernwärme mit neuer Wärmepumpentechnik und dem vorhandenen Erdwärmenetz, was es dann auch als Modell, so haben wir es damals, Herr Pegel, diskutiert, als Sie uns die Förderung zugesagt haben, dafür auch nochmal vielen Dank, ist es, glaube ich, auch ein gelungenes Projekt. Und wie gesagt, das kleine Nachtgebiet des Stadtwerkers möge es lange und störungsfrei laufen. Ich würde, das Thema Geothermie wird sicherlich heute in verschiedenen Aspekten auch nochmal spielen, deswegen mache ich es kurz, ein paar externe, ein paar wichtige Themen haben Sie heute schon gehört. Insofern glaube ich eigentlich, und das ist eigentlich der Kernpunkt, wo es mir darauf ankommt, für die ökonomische Realität ist das vorhandene Fernwärmenetz, was wir im Osten dann noch an vielen Stellen haben, auch gepflegt, auch inzwischen auch wieder wertgeschätzt, hoffen wir dann, dass wir diese Kombination hinbekommen. Die neue Wärmepumpentechnik ist natürlich notwendig, um die Geothermie, die in Schwerin, das ist ja eben schon gesagt, wenn jetzt nicht so sensationell ist, aber die halt vorhanden ist und als Menge unbegrenzt vorhanden ist, kann man das halt mit der entsprechenden Wärmepumpentechnik auf die entsprechenden Werte bringen und hoffen, dass wir damit in der Zukunft auch mit weiteren Anlagen, diese Anlage ist sehr klein, aber es ist ja eben schon erläutert worden, die Tatsache, dass wir sie im Sommer durchlaufen lassen können, die sogenannte Sommerlast führt halt eben dazu, dass diese relativ investive Technik dann auch über das Jahr dann auch sehr gut genutzt wird und dann auch ökonomisch, denke ich mal, in den Rahmen passt, in dem sie passen soll. Ich würde an der Stelle mich nochmal ganz herzlich für Ihr Kommen, auch Ihr Kommen bedanken und würde mir wünschen, wie gesagt, dass wir mit einem kurzen Rundgang Ihnen nochmal einen Eindruck vermitteln dürfen, so habe ich das verstanden, für die weitere Planung und würde das Wort an unseren Oberbürgermeister übergeben, der das zweite Gutswort spricht. Wir probieren das einfach nochmal, es ist ein bisschen windempfindlich und ansonsten haben wir noch was anderes vorbereitet, damit Sie die Hände frei haben. Nochmal mit dem, wir probieren das nochmal mit dem Mikro-Nail, das ist nichts. Ich glaube nicht, wir nehmen einfach das mit Stativ, wir sind ja für alles gerüstet. Natürlich ist das im Vorfeld getestet worden, aber so eine Windböe lässt sich schlecht testen, wenn sie nicht da ist. Also, so, wunderbar, vielen Dank. Auch von mir ein herzliches Willkommen, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Manuela, Frau Staatsministerin Rema la Baliradovan, Herr Staatssekretär Kellner, liebe Minister und Staatssekretäre der Landesregierung, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und des Landtages und ganz besonders freue ich mich, dass Ihre Exzellenz, die Botschafterin Marels, dort hier aus Island, herzlich willkommen, hier nach Schwerin gekommen ist. Geothermie, da verbindet man ja auch immer ein bisschen Geysire damit, ganz so warm ist es bei uns nicht, aber trotzdem energiereich genug, damit wir unseren Fernwärmebedarf zu 20 Prozent erneuerbar demnächst decken können. Sehr verehrte Damen und Herren, ich bin im letzten Jahr immer wieder gefragt worden, was tun Sie denn eigentlich ganz konkret für den Frieden? Kann man denn auf kommunaler Ebene überhaupt mehr tun, als geflüchtete Menschen aufzunehmen und gut zu integrieren? Und da sage ich, ja, man kann. Und Schwerin tut das. Die heutige Inbetriebnahme dieser Geothermieanlage ist nicht nur ein Meilenstein in der Wärmewende, sondern die nachhaltige Energieversorgung ist gleichzeitig ein ganz konkreter, lokaler Beitrag für den Frieden. Die Kämpfe um Ressourcen und Rohstoffe auf der Erde haben eine lange Geschichte. Seit der Antike, zum Beispiel die Kontrolle über die Seidenstraße, wurde im ersten Jahrtausend nach Christus hart umkämpft. Im 16. Jahrhundert gab es Kriege um Edelmetalle. In Südamerika, die Spanier eroberten das Inka-Reich, raubten große Mengen an Gold und Silber. Im 19. Jahrhundert wurden die Kämpfe um Rohstoffe intensiver. Der Wettlauf um die Kolonialisierung Afrikas führte zu zahlreichen Kriegen. Wieder ging es um Rohstoffe, um die Kontrolle über Bodenschätze wie Kupfer, Diamanten und Erdöl. Seit dem 20. Jahrhundert geht es um fossile Energieträger, die die entscheidende Rolle in vielen Kriegen spielen und die noch immer Auslöser für Konflikte sind. Halten wir fest, Kriege sind auch immer Kämpfe um Ressourcen. Und unser stärkster Beitrag für eine friedliche Welt ist deshalb eine nachhaltige Energiepolitik. Wenn wir unseren Ressourcenhunger nicht weiter auf dem Rücken anderer Länder stellen, sind wir auch nicht mehr abhängig von den Despoten in aller Welt. Deswegen geht Schwerin mit der Fernwärmeversorgung durch Geothermie einen großen Schritt in Richtung einer solchen Unabhängigkeit. Unsere Stadtwerke haben Weitsicht bewiesen. Mit der Nutzung der Geothermie erschließen sie einen großen Schatz tief im Boden Schwerins. Sie sorgen dafür, dass er der Allgemeinheit zugute kommt. Mit der klimafreundlichen Fernwärme ist unsere Stadt künftig weniger abhängig von fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Erdöl. So funktioniert kommunale Daseinsvorsorge, die nicht zu Lasten künftiger Generationen geht. Und so funktioniert ganz konkret kommunale Friedenspolitik. Vielen Dank. Einen herzlichen Dank, Dr. Rico Badenschier. Ja, ich habe es eingangs schon mal gesagt, die Geothermieanlage hier in Schwerin ist nicht die einzige im Land MV. Tatsächlich hat in den 1980er Jahren Warenmürz den Anfang gemacht und auch in Neustadt-Glewe gibt es eine Geothermieanlage. Allerdings sind da die Bedingungen einfach andere. Da ist die Sohle vom Grund auf heißer, lässt sich folglich auch anders nutzen. Und deswegen ist das, was hier heute passiert, nämlich die Inbetriebnahme, sicherlich ein Meilenstein, von dem auch das Land profitieren kann. Das Ganze ist natürlich auch umgesetzt worden mit Fördermitteln. Darüber freuen sich die Stadtwerke Schwerin natürlich sehr. Insgesamt sind 6,8 Millionen Euro in dieses Projekt hier geflossen. 4,2 Millionen davon kommen vom Land. Und ich denke, eine wird die Bedeutung dieser Anlage für das Land MV besonders gut einordnen können. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie da sind. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich, dass wir heute diesen Schritt machen, hier in unserer schönen Landeshauptstadt und in meiner eigenen Heimat, hier in Schwerin. Und es ist wirklich ein ganz wichtiger Schritt für das ganze Land. Denn alle wissen, unser Land ist ein Land der erneuerbaren Energien. Wir produzieren jetzt schon doppelt so viel Strom aus erneuerbaren Energien, vor allem eben aus Windkraft, als wir selber verbrauchen. Wir exportieren also in andere Bundesländer. Und natürlich stellt sich die ganze Zeit die Frage, wie läuft es aber gerade bei der Wärme? Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben auch mit der Wärmewende vorankommen. Und ich freue mich sehr. Wir hatten schon die Gelegenheit, lieber parlamentarischer Staatssekretär Kellner, in Greifswald vor kurzem die größte Solarthermieanlage Deutschlands in Betrieb zu nehmen. Da zeigt sich auch, Oberbürgermeister Stadt und kommunale Stadtwerke gehen Hand in Hand und haben die Grundentscheidung schon vor viel längerer Zeit getroffen, als jetzt das alles thematisiert wird. Und so ist es eben auch hier in Schwerin. Und deswegen will ich mich ganz herzlich bedanken bei unserem Oberbürgermeister Rico Bansch hier, bei Herrn Wolf, Herrn Dr. Wolf, dem Chef der Stadtwerke und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allem wirklich Leuten, die das technisch können. Mich beeindruckt es immer wieder. Es ist der beste Physikunterricht ever, muss ich wirklich sagen. Was möglich ist und das geht nur, weil wir diese klugen Leute haben, die das entwickeln, die das umsetzen. Also der Stadt und den Stadtwerken vielen Dank, dass das möglich ist, denn wir beweisen heute praktisch, dass die Energiewende möglich ist. Wir beweisen praktisch, dass es möglich ist, dass wir uns dauerhaft, unabhängig aus erneuerbaren Energien nachhaltig versorgen. Und dieser praktische Schritt ist so wichtig, weil es ja immer noch Leute gibt, die es anzweifeln, ob es möglich ist. Weil es immer noch die gibt, die in der Vergangenheit leben. Aber wir wollen die Zukunft sichern. Vor allem für unsere Kinder, für den Klimaschutz und für eine Unabhängigkeit. Vielen Dank an die Stadt Schwerin, an die Stadtwerke, lieber Oberbürgermeister, lieber Herr Wolf. Ein wichtiger Schritt für das ganze Land. Und deswegen haben wir das natürlich nicht, deswegen haben wir es auch gefördert. Ich danke ganz herzlich unserem ehemaligen Energieminister Christian Tegel, der heute als Kommunalminister dabei ist. Und unserem heutigen Energieminister, Reinhard Mayer, ist es uns sehr wichtig, das voranzubringen. Windkraft, wir bauen jetzt nochmal fünf Offshore-Parks auf See, auf hoher See und gleichzeitig natürlich die Windkraft an Land. Aber es ist so wichtig, dass wir mit Solarthermie, Geothermie einen super Energiemix hinbekommen. Und hier ist das natürlich auch ein großes Anliegen der Bundesregierung. Und deswegen freue ich mich sehr, lieber Olaf Scholz, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, dass Sie, dass du heute hier dabei bist. Das ist Rückenwind im wahrsten Sinne des Wortes. Hier für die Menschen, die auch diese in Grundsteine gelegt haben, schon vor längeren Jahren, wo all das noch nicht so ein Thema war. Und wir sind uns einig, Bundesregierung und Landesregierung, wir müssen beim Ausbau der erneuerbaren Energien bei der Versorgung vorankommen. Und was ein besonderer Punkt hier für uns im Land ist, und ich glaube, das ist eine Besonderheit in Ostdeutschland, die ich heute erwähnen möchte. Bei uns ist es so, dass fast immer die Hälfte von Fernwärme lebt. Allein in Mecklenburg-Vorpommern sind wir 1,6 Millionen Einwohner und 700.000 davon sind an Fernwärme angeschlossen. Und zurzeit wird ja sehr auch das Thema Wärme im Privatbereich diskutiert. Und da möchte ich gerne den Scheinwerfer heute drauflegen. Für uns ist es sehr interessant, bei der Fernwärme voranzukommen mit dem Zwitsch, weil da sind eben 700.000 Bürgerinnen und Bürger angeschlossen, vor allem natürlich auch viele Mieterinnen und Mieter. Und wenn uns das gelingt, dann erreichen wir viele und gleichzeitig einen großen Beitrag für den Klimaschutz. Und ich will mich ganz herzlich unterstützen, auch bedanken, auch für die Unterstützung der Bundesregierung. Wir sind heute ja noch bei weiteren Terminen im Land unterwegs. Und lieber Bundeskanzler, für uns ist es völlig klar, dass wir, wenn wir jetzt aus Atomen aussteigen und auch aus Kohle perspektivisch, und da führt kein Weg dran vorbei, in dieser Frage schneller vorankommen müssen, um unabhängig zu sein, um unseren Beitrag für Klimaschutz zu leisten. Und dennoch war die große Sorge, wie schaffen wir es im Übergang. Und die Sorge war im letzten Jahr groß im ganzen Land, auch hier in Schwerin, bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei der Wirtschaft, bei den sozialen Einrichtungen. Wie soll das gehen? Wir hatten uns darauf verlassen, dass wir für den Übergang stärker Gas nutzen können aus Russland. Das ist nicht mehr möglich mit dem russischen Angriffskrieg. Und es war sehr weitsichtig vom Bundeskanzler und auch vom Bundesenergieminister gegen andere Vorschläge, sofortiges Gasembargo, erst mal die Gasspeicher zu füllen, um Sicherheit für den Winter zu haben, den wir jetzt hatten, gleichzeitig große Förderprogramme aufzulegen, Gaspreisbremse, Strompreisbremse, jetzt die Hilfen für die, die zum Beispiel mit Öl und Pellets heizen, die Unterstützung für die Krankenhäuser, für unsere soziale Vereine Bund und Land haben hier gemeinsam viel gestemmt. Und viele haben vorhergesagt, es wird einen Gasmangel geben, wir werden abschalten müssen, wir werden frieren, alles wird einbrechen. Nichts davon ist gekommen. Ich will es heute noch mal sagen und bei seines Bundeskanzlers schon ganz vergessen. Einige haben die Horrorszenarien an die Wand gemalt und andere haben gehandelt. Die Bundesregierung, die Landesregierung und unsere Kommunen, die uns im Energiegipfel unterstützt haben. Alle, parteiübergreifend, Bürgermeister und Landräte. Ich will mich dafür ganz herzlich bedanken, für diese Weitsicht der Bundeskanzler. Jetzt geht es darum, dass wir schnell vorankommen mit den erneuerbaren Energien, aber dass wir eben auch den Übergang gestalten, so, dass wirtschaftssicher ist, der soziale Frieden bleibt. Daran arbeiten wir gemeinsam und deswegen ist heute hier die Geothermieanlage auch so ein Blick in die Zukunft. Ich freue mich sehr, dass die Pläne der Stadt sind, mehr davon zu machen. Das brauchen wir. Und es ist ja beeindruckend zu sehen, dass sich selbst Island für diese Technologie interessiert. Und von heute kommt das Signal, die Energiewende ist möglich, dass wir uns versorgen aus erneuerbaren Energien, mit dem, was wir selber hier im Land haben, Wind, Sonne, Biomasse, Erdwärme, das ist möglich. Das beweisen heute hier die klugen Frauen und Männer, die sowas entwickeln, die sowas umsetzen. Herzlichen Dank dafür. Das ist die Zukunft für unsere Kinder, für unsere Landeshauptstadt Schwerin und für das ganze Land. Herzlichen Glückwunsch. Und ich schließe mich dem Gebet der Stadtwerke an, dass das möglichst lange hält. Ich glaube, das wird halten, die Geothermieanlage, die 84, 84 in Waren an der Müritz in Betrieb ging. Die geht heute noch. Dann werden wir das mindestens auch schaffen. Alles Gute, Herr Bundeskanzler. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank, Manuela Schwesig. Wir sehen alle Redner nachher hier natürlich auch noch einmal wieder, denn es gibt ja den Buzzer-Druck, auf den wir warten, um dann auch wirklich die Anlage in Betrieb zu nehmen. Frau Schwesig hat schon viele Dinge angesprochen, die eben auch den Bund betreffen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie auch noch ein paar Worte an uns richten wollen. Begrüßen Sie mit mir unseren Bundeskanzler Olaf Scholz. Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Manuela, sehr geehrte Frau Botschafterin, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Badenschier, sehr geehrter Herr Dr. Wolf, meine Damen und Herren. Der römische Gott Vulkan hatte, wie die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen im Olym, gleich mehrere Funktionen. Er galt als der Gott des Feuers, aber auch als Gott der Erfinder und Handwerker. Dementsprechend wird er in der Dichtung meist so beschrieben, wie man sich ein Schmied eben vorstellt. Erfinderisch, handwerklich geschickt und ein bisschen wortkack. Ich finde, mit diesen Charaktereigenschaften passt Vulkan eigentlich ganz gut in diese Gegend hier im Norden unseres Landes. Das darf ich, der selber Norddeutscher ist, vielleicht sagen. Vulkan passt aber auch deswegen so gut zu unserem heutigen Anlass, weil das, was wir hier vor uns sehen, eine perfekte Kombination aus Erfindung, Wärme und Handwerk ist. Diese Anlage ist nicht die erste Tiefengeothermieanlage, wir haben es schon gehört. Sie ist auch nicht die erste in der Gegend. Aber durch den Einsatz moderner Hochleistungswärmepumpen, durch die Kombination zweier erneuerbarer Technologien, ist sie dennoch einzigartig in Deutschland. Der Clou von Schwerin hat das die Taz genannt. Dieser Clou ist der Verdienst von sehr vielen, die an diesem Projekt gearbeitet haben, von Planern, von Behörden und Unternehmen und ihren Fachkräften und nicht zuletzt von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtwerke Schwerin. Vielen Dank dafür. Lieber Herr Dr. Wolf, es zeigt sich wieder einmal, die Stadtwerke sind unser Trumpf bei der Energiewende. Denn ob und wie Wind, Sonne und Wasserkraft oder eben Geothermie genutzt werden, das entscheidet sich anders als bei den fossilen Energieträgern, nämlich vor Ort. Und dort sind wir mit Hunderten von Stadtwerken im ganzen Land hervorragend aufgestellt. Ihr Netz für Ladesäulen entscheidet darüber, ob sich jemand ein Elektroauto kauft. Ihre Fernnetze sorgen für eine verlässliche, bezahlbare und in Zukunft immer umweltfreundlichere Versorgung. Sie wissen am besten, wo neue Windkraft- und Solarparks entstehen. Deshalb sorgen wir als Bundesregierung dafür, dass die Städte und Gemeinden künftig leichter als bisher Flächen für Erneuerbare ausweisen können, was Unternehmen hilft, Neuansiedlungen begünstigt und für zukunftssichere Arbeitsplätze sorgt. Und auch das Potenzial der Geothermie werden wir konsequent erschließen. Dabei hilft eine im vergangenen Jahr gestartete Initiative des Bundes, mit der Explorationsprojekte gefördert werden, Risiken abgefedert werden sollen und untersucht werden soll, wo Geothermie besonders lohnt. Das übrigens gilt für viel mehr Räume unseres Landes als die allermeisten denken. Und die Geothermie wird eine viel bedeutendere Rolle spielen, als das in der öffentlichen Debatte bisher der Fall ist. Dazu anzuregen, das voranzubringen, ist auch ein guter Grund für die heutige Zusammenkunft. Der Ausflug in die Tiefe der Erde ist ein Projekt, das in die Zukunft weist. Anders als Wind oder Sonne steht Geothermie rund um die Uhr zur Verfügung, im Sommer wie im Winter an 365 Tagen im Jahr. Und deshalb machen uns Projekte wie dieses hier nicht nur unabhängiger von den volatilen Gaspreisen, von der geopolitischen Großlage und von Marktschwankungen bei der fossilen Energie. Sie können die Grundlast auch in sonnen- und windarmen Tagen sichern und sind so eine perfekte Ergänzung zur Windenergie, bei der Mecklenburg-Vorpommern heute schon ganz vorne mit dabei ist. Manuela Schwesig hat daraus bereits hingewiesen. Wir sind wirklich stolz auf das, was dieses Land geleistet hat. Wenn ganz Deutschland schon so weit wäre, hätten wir wirklich billige Strompreise im ganzen Land. Und das müssen wir eben erreichen. Dass Mecklenburg-Vorpommern inzwischen ein Energieexportland ist, hat ganz maßgeblich mit der Energiewende zu tun. Weg von Kohle und Gas hin zu den erneuerbaren Energien. Die Folgen dieser Entwicklung reichen weit über den Energiesektor hinaus. Wenn es um große Neuansiedlungen geht, wie bei Tesla in Brandenburg etwa oder beim Wasserstoffhersteller Apex hier in Mecklenburg-Vorpommern, dann lautet die Frage der Investoren heute ganz oft, gibt es dort eine sichere, bezahlbare Versorgung mit erneuerbarer Energie? Und da haben sich der Norden und Osten Deutschlands inzwischen einen richtigen Standortvorteil erarbeitet. Die Bundesregierung unterstützt, indem wir unnötige Bürokratie aus dem Weg räumen, Ausschreibungsvolumina hochsetzen und Planungsverfahren deutlich beschleunigen. Und nicht nur hier in Schwerin, sondern überall im Land zeigt sich inzwischen, es geht. Neue Batteriefabriken entstehen, Milliardeninvestitionen fließen in Zukunftstechnologien, neue Netze und Anlagen, Deutschland nimmt Fahrt auf. Und auch dazu trägt dieses Projekt hier bei. Acht Jahre haben Sie in die Entwicklung investiert. Sie, lieber Herr Dr. Wolf, haben gesagt, dass Sie dabei so viel gelernt haben, dass Sie bei den nächsten Projekten, die schon in Planung sind, nur noch halb so lange brauchen werden. Auch das ist ein gutes Beispiel für ein neues Deutschlandtempo, für neuen Schwung in unserem Land. Und deshalb, ja, es lohnt sich, jeden Stein umzudrehen und die Blätter festzuhalten, beziehungsweise sich durch ganz viele Erd- und Gesteinsschichten zu bohren, so wie hier in Schwerin. Und zwar auch dann, wenn die Bedingungen für Geothermie nicht so offensichtlich sind, wie in Ihrer Heimat Island, liebe Frau Botschafterin, wohl Vulkane und Geysire die Landschaft prägen. Hier in Schwerin hat man sich nicht mit dem Offensichtlichen zufrieden gegeben, sondern wortwörtlich tiefer gebohrt. Und mit technologischem Geschick, Erfindungsreichtum und Unternehmergeist ideale Bedingungen für die Geothermie hergestellt. Dem Gott Vulkan hätte das vermutlich gefallen. Insofern ist die Botschaft des heutigen Tages, geht nicht, gibt's nicht. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Pioniergeist und vielen Dank, dass Sie uns zeigen, was alles geht in unserem Land. Schönen Dank. Applaus Einen herzlichen Dank an Sie, Olaf Scholz. Vielen Dank. Wenn Sie Lust haben, bleiben Sie vielleicht direkt mit mir schon einmal hier oben, denn wir bauen jetzt um für diesen Börserdruck, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Vielleicht treten wir ganz kurz einen Moment in den Hintergrund und können auch alle anderen Redner an dieser Stelle schon mal auf der Bühne begrüßen. Darum sehr gerne, Ministerpräsidentin Schwesig, einmal zu mir, Rico Badenschier, den Chef der Stadtwerke, Dr. Josef Wolf und der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner aus dem Bundeswirtschafts- und Klimaministerium. Schön, dass Sie da sind. Sie dürfen an dieser Stelle auch nicht fehlen. Jetzt haben wir uns in Sachen Aufstellung noch ein bisschen was überlegt. Ich rücke hier mal so ein bisschen an die Seite und mache die Aufstellung einmal ohne Mikrofon. Und ich verspreche, danach gehe ich auch aus dem Bild und dann kann's losgehen. Ich trete gleich aus dem Bild, fest versprochen, will Ihnen aber noch sagen, was hier jetzt gleich passieren wird. Zum einen aktivieren wir mit diesem Buzzer die Tiefenpumpe und Sie können das dann auch auf der LED-Wand mitverfolgen. Da gibt es einen kleinen Film dazu und auch die entsprechend gebührende, emotionale Musik. Der Film läuft dann weiter, die Musik ist irgendwann vorbei und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich nicht darüber wundern, dass es keine großen Geräusche mehr geben wird, obwohl wir doch die Anlage in Betrieb genommen haben. Das hat damit zu tun, dass die Technik in der Halle unbedingt noch ruhen muss, weil es gleich ja auch noch die entsprechenden Rundgänge gibt. Deswegen an dieser Stelle nicht wundern, es gibt gleich einen kleinen Countdown und dann gibt's hier vorne auch einmal ordentlich Krach. Deswegen Sie bitte nicht erschrecken, Sie bitte nicht erschrecken, ich trete in den Hintergrund und dann kann es auch gleich losgehen. In drei, zwei, eins. In drei, zwei, eins. In drei, zwei, eins. So, wenn die Presse mir ein kurzes Zeichen gibt, dass auch alles soweit für Sie in Ordnung ist, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, dann darf ich mich auch wieder auf die Bühne bewegen. Sage Ihnen herzlichen Dank für dieses Mitwirken, wünsche Ihnen viel, viel Spaß beim entsprechenden Rundgang an dieser Stelle. Der startet hier direkt um die Ecke. Hinter dem Soletank bekommen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung. Viel Vergnügen dabei und nochmal herzlichen Dank. Und dann brauchen Sie unsere Schutzausrüstung.